Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und zwar sind wir immer noch in dem tollen Artemisia Schloss hier finden wir das Ding was runtergeschlüsselt fallen wir ab, der Waffenkammer-Schlüssel gehen wir mal rein ah gucke, da haben wir einen Gegner das ist doch schön das ist doch nur das so so das ist so so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und da ist er weg. Und da ist er weg. Die Tür ist von innen verschossen. Oh, da kann man also nicht rein. Ist hier noch irgendwas? Da ist die Tür. Gehen wir doch mal durch. Oh, wir können speichern. So, haben wir das auch mal erledigt. Ah, das wird ein weiter Weg. Oh Gott, ich hoffe, ich finde einen. Ah, wir können jetzt keine Viecher. Ah, ich glaube, hier sind wir richtig. Genau, dann hier durch. Und da. So, die müssen wir dann nochmal. Wieder umtauschen. Abbrechen. Und ihr müsst jetzt hier... Nein, nicht da hoch. Leider ein bisschen umständlich, aber das ist schon mal die Stärke drücke hier. Deswegen muss die da weiterlaufen nachher. Zeigt nicht nur, wie war ich da hingekommen. Aber hier lang. Dann hier rum. Genau, und da unten durch. Genau. Hier einen Schatzrüssel haben wir nicht. Gehen wir einfach weiter. Dann hier sind wir. So, dann wieder einmal austauschen. Keine Monster kommen. Und nochmal weiter. Wieder hier rum. Und tadaa. Hm. Sollten wir jetzt nicht wechseln irgendwie? Ich dachte jetzt... Ach, nö. Hä? Dann verstehst du doch nicht. Ich dachte, dann kann man hier so rüber... Weißt schon. Was da jetzt hochfährt. Hm. Ich muss ihn das gerade bei diesem Topolet-Trippelklinge hatten wir schon. Ich muss das jetzt schon. Wir müssen das machen. Wir müssen das Kürbelklinge erlich rein. Auch das. Falls gar nicht. Und dann muss das einfach draufziehen. Und dann muss das einfach draufziehen. Also das alles. Ich muss das machen. Ich muss das machen. Also das machen. Ich muss das alles da. Ach, Menno, warum klappt das nicht mit dem Fahrstuhl? Finde ich jetzt gemein. Ja, das bringt mir jetzt aber gar nichts. Keine Ahnung. Ich gebe an das. Das bringt ja nichts. Irgendwie schwachsinnig. Oh, ich habe vergessen zu wechseln. Irgendwie schwachsinnig. die Truppe, bitte. So. Lass uns doch nach dem komischen Rätsel da widmen. Die Bildern. Jetzt fehlt er ein Wort irgendwie. Das ist ein großartiges Bild. Na, da haben wir es doch. So. Muss ich hier erstmal weiter gucken. Moment. So, da haben wir es. Das hat doch was mit der Uhr zu tun. So. Das hätten wir. Der Bote, der im Garten schläft. Aha. Hallo. So. 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 Ah, da hat er ein bisschen Meldung gezogen. Da der ist. Da sie das gelagert hat. Wohl, gekoppelt für mich, nicht gelade. Gott, macht er wenig Schaden. Noch ein Viech. Das ist ein Viech. Torn macht er gleich mehr Sau Hör auf zu saugen Na gut Haha, der eine Schuss hat gefehlt So, haben wir wieder ihn besiegt Ähm, ja, welches brauchen wir jetzt? Tf So, ganz kurz So, da sind wir wieder Ich hab mal ein bisschen froh gearbeitet Weil, ich glaub das rumgerendet ist euch Ein bisschen langweilig Unten steht jetzt die Truppe In einem gelben, äh grünen Kreis Die gleichzeitig einen Hebel drücken Und deswegen können wir hier jetzt rüber rein Ohne dass der Kronenrichter runterfällt Wir können dann auch hier rein Und uns dem nächsten Gegner widmen Greicht mich an Ich mach euch alle fertig Ähm Moment, das machen wir nochmal, äh Vorsichtshalber Wenn wir die schon angreifen Dann richte ich gleich Dann richte ich noch drauf Aber vorne richte es mich an Die Trailer Und dann richte es sich Ohne So, war ein bisschen vertrieben, aber egal. Na, vorhin war gar nicht so doll. Gott. Ich war Spahnke. Ich dachte, der wird schwerer. Ich habe Spahnke. So, das haben wir. Item. Fehlt ja noch einer. Und da weiß ich jetzt, wie das gehen soll. Das wird scheiße. Ich muss erstmal das andere Team zurückholen, die sind hier. So. Da wird der Helbel wieder runter. Hallo? Ach, wir müssen hier rum. Ja, stimmt ja. So, und seine Truppe, da er zwei Mädels drin hat, muss rüber. Und auf dem anderen stehen, weil die sind leichter. Ich hoffe, das reicht nicht, dass ich noch wie Noah mit dazu drehen muss. So. Und dann geht der Spaß nochmal von vorne los. Jetzt seht ihr doch ein bisschen rumgerinnert, aber egal. Damit sollte dann der letzte nachher Zeitlicht sein, wenn wir das schaffen und gewinnen. Bin dann noch gar nicht so sicher. Können wir mal vorspeichern. Oh. Schon den letzten Sprecher stand. Da sitzt er. Es klappt. So, dann müssen wir jetzt mal tauschen. Wer bekommt das? Ich ziehe das. Und Selfie. Das. Mal gucken, ob es klappt. Okay. Ich dachte... Hier kommt dann das Viech. Monster. Böse Wicht. Aber hier gibt es noch einen Schleusenschlüssel. Okay. Jetzt bin ich verwirrt. Ich dachte, da kommt dann gleich das Monster, aber... Dann haben wir das, was wir wollen. Dann müssen wir wieder umtauschen hier. So. Ist leider notwendig. Tut mir leid. Nein. Nein. Dann wollen wir wieder umtauschen. Dann soll man hier lang. Hier durch. Das ist ein echt extrem langes Gründe. Zum Glück hat man diesen neuen Monster. Wenn das es nicht wäre... Oh Gott, ich glaube, ich würde hier sterben. So, wir sollen mal irgendwo Schlüssel benutzen können. Die Tür ist von innen verschlossen. Das ist alles mal alles nix hier. Hier noch was. Nein. Das Ding kann man nicht benutzen, okay. Hm. Geh mal hier durch. Hallo. Ne, hier sind wir doch wieder. Wollen wir nicht verarschen? Hä? Schick ich heute nicht. Nein. Wollen wir mich verlaufen? Gott. Das ewige Gerenne ist echt nervig. Achter. Da sind wir runter. Hallo? Runter. Laufen wir mal da vorne durch. Hier soll man auch noch was machen können. Boah, Bier. Okay. Man soll ja einfach wild irgendwas spielen. Dass ich durch hier gerade alles mögliche. He. Hä? Das kriegt doch gar nichts. Eine Tasten auf einmal. Ähm. Das bringt überhaupt nichts. Hehe. Na, wir gucken mal. Soll nämlich eingeblich, dass eine Gitter da öffnen. Das wir hier hatten. Ah doch, es ist offen. Wow. Ist doch nicht, was wir hier wollen. Ach du meiniger. Hm. Ich sehe hier nicht mehr durch. Ganz ehrlich. Ich habe auch alles durcheinander gemacht und nicht in der Reihenfolge nach. Hallo? Was jetzt mal? Danke. Wir müssen irgendwie das Wasser abstellen. Aber wo ist der scheiß Hebel dafür? Ich muss mir das alles echt mal durchlesen. Moment. Moment. So. Jetzt haben wir es geschafft. Dort wo die Waffenkammer war. Ist auch ja nett. Da kann man den Schlüssel benutzen. Bringt mir aber trotzdem aber noch nichts. Und ergeblich sollte jetzt. Äh. Ach, der Springbohr hat sich geleert. Hups. Das ist jetzt übersehen. Ich dachte, da kommt man endlich irgendwo weiter, aber... Keine Ahnung, wozu dann da das Gitter hochgehen soll. Der Springbohr hat sich nicht geleert. Was? WTF? Ah. Ich hätte den bedienen müssen. Moment. Ich laufe nochmal kurz hin. So. Jetzt hat er sich tatsächlich geleert. Wow. So. Jetzt gehe ich aber trotzdem nochmal da hin. Ich will wissen, warum... ... man da rein kann. Okay. Oh. Oh. Also hier. Aha. Rosetter Stein. Was ist denn da gewesen? Rosetter Stein. Muss ich das mal gucken. Ability Mafia. Das ist ja nicht schlecht. Hm. So. Da kommt nochmal vier. Machen wir auch. Dann koppeln wir mal ihn um. Und scrollen hat schon immer die Klima 4. Nein. So. Ähm. Moment. Er hat auch nur drei. Okay, dann kriegt er das. Ich kann mich noch eine Ability kriegen. Und das ist sehr schön. Natürlich. Der Asche hat mich rein. So. Sorry dafür. Mal gucken wir mal hier rein. Ah. Das ist nur das. Die Frage. Ne. Jetzt haben wir da wenigstens Abkürzung. Aber das bringt uns nichts. Weil... Wir müssen eh ganz fortlassen jetzt. Ob wir den letzten hier besiegen können. Zum Beispiel theoretisch den vorletzten. Aber den letzten nur mal alles freizuschalten. Oder hätte ich doch da langlaufen müssen? Gott. Ich glaube ich hätte doch da langlaufen müssen. Scheiße. Weiter. Weiter. Wenn man überall festhängt. Das nervt. Ah. Ich hätte da langlaufen können. Dann wäre wir kürzer gewesen. Toll. Kacke. Du mein Scheiß. Echt. Ne. Naja. Das laufen wir hier nach. Oder nein. Das liegt doch falsch. Andere Seite hätte ich laufen müssen. Dann wäre es doch richtig. Ja. Ich glaube... Sind wir hier richtig? Oder sind wir falsch? Ich glaube hier sind wir richtig. Wir haben jetzt den komischen Schlüssel. Ich kann ihn jetzt hier rein. Perfekt. Ich mache das einfach. Und da haben wir. Katlepos. Hallo. Katlepos. Ich bin Katlepos. Ich bin Katlepos. Ich herrsche über das Donner-Element. Das geschieht aber nicht ganz doll. Okay, das habe ich nur verprügelt. Ach nee, das ist ein bisschen schwächer. Das ist ein bisschen selbst dikst. Das ist ein bisschen schwächer. Es ist nicht so gut, aber es ist so gut. Ach, er ist tot Perfekt So, damit haben wir alle besiegt Ich werde mir noch ein Siegel Auch weg Perfekt Wo nur noch irgendwo ein Sprecher kommt Ach, falsch Ich will mal wünschen, Rotanwohnen Ich sehe, was übersehen Ich will sogar wünschen, Rotanwohnen Vielleicht sehen wir ja einen Sprecherpunkt irgendwo auf dem Weg Wäre nämlich nett Ich glaube, wir sind nämlich noch ein Haus Oder sonst wohin Das wäre ehrlich gesagt ein bisschen doof Hm Hier ist keiner Wir müssen aber wechseln, weil wir zwei Teams brauchen Um das letzte Monster zu rufen Bäh Müssen wir erstmal durchrennen Tut mir leid, aber wir müssen speichern Bis dann Tschüss Tschüss tschüss